Die Mannschaft hat gezeigt, wie gefestigt sie ist. Sie haben sich durch den Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen und sind am Ende dafür belohnt worden. Das haben sie clever und mit gutem Auge gemacht. Sie haben erkannt, durch die Mitte geht wenig. Also kommen wir so oft gut und bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020